Ok, jetzt kommen wir endlich mal zurück zum Gronzy-Alternativrock-Gegenteil der Ausgabe der 90er. Musik heißen sie, das ist in die 90er. Zum Gronzy-Alternativrock-Gegenteil. Warum Pyjama? Ein Pyjama-Party? Ok, gibt's schon viel, denke ich, viel länger als in den 90ern. Aber in den 90ern war das so typisch. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen. Pyjama, Pyjama-Party. Pyjama-Rock-Party. Ja. Drei mal. Maslizer. Bratir. Gesang-Art-Garislang. Ich weiß nicht, du K einen Wettbewerb. Ich weiß nicht, du merkst du kannst du Chancen kennt dicher. Die Daumin einerオ coastalstunde眼, die Trink in die Gefahr ist ein bisschen, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen. I will not go, turn the lights off, carry on Late night, come home, obsessed, I know Me and Rose is kind of mistakes, I can't care, yes Sing it soon, I will not go, turn the lights off, carry on La, 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.